Ja Freunde, ich bin heute richtig auf den Geschmack gekommen und nehme jetzt mal die nächste Folge nach der anderen hier jetzt wieder auf. Also es ist dieselbe Aufnahmephase jetzt gerade, ich habe einfach Bock weiter zu spielen. Und zwar geht es jetzt in Stadttebüge gegen FC St. Pauli. Das Spiel haben wir 3-0 glaube ich gewinnen können. Oh, ich glaube beim Scout Update, das ist natürlich noch wichtig. Monatliches Scouting Update, das haben wir hier. Ablehnen zu schwach. Den gucken wir noch einmal uns an eine gewisse Zeit. Er hier ist zu schwach. Oh, das sieht gut aus. Da gucken wir auch noch mal einen Monat. Denn alle Spieler, die nach 3 Monaten noch ein über 90er Potenzial haben, werden vorsitzial bei erst einmal verpflichtet. Aber er ist auch zu schwach. Er auch. Er auch. Und oh. Den gucken wir uns noch an. Und er hier ist zu schwach. Also Torben Falke, Tom Lange und Jonas Bergmann werden hier noch weiterhin beobachtet. Und jetzt wird nichts mehr, was wir noch machen können. Deswegen, Leute, Zeit fürs Hamburger Stadtderby. Alle Spieler sind fit, das freut mich. Und mit diesem Kader werden wir St. Pauli jetzt ein zweites Mal in diesem Karrieremodus in die Schranken reisen. So, hier sind wir jetzt live aus dem Melanthor-Stadion. Mittem am Heiligen Geistfeld. Und es sind auch schon ein paar Zuschauer da. Das Hamburger Stadtderby steht uns bevor. Und jetzt wird es viel verspannt, denn mal wieder wird die Frage geklärt, wer die Nummer 1 in Hamburg ist. Und das wissen wir natürlich alle. Der HSV letztes Derby 3-0 gewonnen. Und das werden wir jetzt hier einfach mal wiederholen, würde ich sagen. Alter, St. Pauli hat gerade die lautesten Fanchance, die ich jemals in FIFA gehört habe. Ist ja richtig laut gerade. Alter Falter. Das fand ich gerade cool. Also, die Aufstellung muss ich mir unbedingt angucken. In echt haben die Amaya gekauft. Vor dem habe ich echt Angst. Ich habe Angst, dass sie jetzt zu zweit nach Samoa werden könnte. Und vor allem, weil der Emery den HSV trifft. Aber ist auch egal. Das Stadtderby gegen den FC St. Pauli ist hier mit eröffnet. Oh nein. Oh, Paul Asbeck. Wäre das hier echt, hätte ich schon wieder so ein Herzinfarkt bekommen in der Situation. Aber ihr alle kennt es ja, weil ihr alle seid Fan von einem Verein, der einen Derby-Gegner hat. Und wenn dann der Derby-Gegner halt eben knapp dabei ist, ein Tor zu machen oder kurz davor gewesen ist, dann bleibt halt kurz das Herz stehen. Halt mehr als sonst. Nein. Nein. Boah, St. Pauli hat den besseren Start. Muss man den, dem Stadthelfer einen hier auch mal lassen. Alter, die spielen hier einen richtig guten Fußball. Und das Millern-Tor ist ganz schön laut. Boah, ganz komische Ecke. Geht hier an allen vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Gito. Überblick im Lauferrad dieses Grauen vor den Zuschauern. Oh Mann. Und Ab läuft da zurück und kriegt den Ball dann irgendwie nicht. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh, zum Glück haben wir ein bisschen die Luft hoch heute bei den 16er. Sonst hätte das schon 2-0 für St. Pauli stehen können mindestens. Boah, das Spiel ist ein ganz anderes als das 3-0. Zumindest von der Halbzeit her. Okay, die zweite Halbzeit war da auch torlos. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir halt eben schon 3-0 geführt im Hinspiel. Nein, jetzt ist es soweit. Doch nicht. Vor allem, weil ich auch gerade richtig scheiße selber spiele. Oh, die Latte rettet uns. Alter Falter. Puh. St. Pauli irgendwie mehr Ferngesänge spätigt bekommen in FIFA. Wie unfair. Weil die haben ja voll die große Vielfalt hier. Schön. Oh. Im letzten Moment geklärt. So, Ecke van Droningen, komm. Oh Mann. Der springt auch nicht mal hoch. Und Halbzeit. 0-0. St. Pauli ist das bessere Team gerade. Muss man. Auf jeden Fall sagen. Aber eine Halbzeit ist ja noch zu spielen. Ich bin jetzt mal ganz gewicht und tue einfach mal einen Stürmer auf diese Position hier. Wobei, wie schnell ist er? 93, 91. Ja, das ist mein schnellster Spieler. Da kann Schindler auch nichts gegen tun. Von der Geschwindigkeit her. Soll ich mal so ein auf Mega-Risiko machen und drei Leute einwachsen? Nein, 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 nein. Das mache ich nicht. Ich spiele jetzt so weiter erstmal. Nein, 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 nein. Och, Santos. Was machst du denn da für eine komische Bremse? Ja, für Vollbremsung. Er macht doch keine... Was macht er da für eine Bremse? Das sagt man so nicht. Ich weiß. Ich meine, eine Vollbremsung. So, dass der St-Paul-Spieler auf einmal 20 Kilometer weit weg war. Boah. Oh, langer Ball vielleicht ist es auf Ito. Aber nein, es ist Ito, der ist klein. Und der hat einen ganz schön großen Gegenspieler. Och Gott, schade. Ich dachte, ich kann einfach nur durch Gegenlaufen den Ball gerade gut bekommen. Habe halt Angst, dass wenn ich B-drucke, er ihn irgendwie random leicht zum Torwart hinkullert. Das ist ja oft passiert. So, Ito. Boom. Aus dem Nixter ist das 1-0 für den HSV. Wunderbar. Und auf einmal wird es schlagartig ganz schnell am Melantor. Jetzt hört man auch die HSV-Fans endlich. Bis zur Isar. Immer wieder HSV. Aber ganz leise, weil sie einfach nur so einen winzigen Mini-Gästeblock in diesem Stadion. San Pauli halt spielt hier an FIFA haben. Jetzt ist es lauter. Hier regiert der HSV. Und das ist ja auch so. Das ist Hamburg, wo wir uns hier befinden. Und hier regiert der HSV. Es gibt keinen anderen, der erst Nummer 1 in dieser Stadt hier in Frage kommt. So. Damit das auch mal geklärt ist. Ganz ehrlich, wie winzig ist dieser Gästeblock da oben links in der Ecke, bitte. Ich gehe da mal hin. Wie winzig ist das Teil. Das ist ja eine Frechheit hier. Eine Frechheit von San Pauli, so wenig Gäste-Ticket hier anzubieten. Mensch, Mensch. Aber was ich immer noch sagen muss. Lobenswert an San Pauli ist. Dass die Derby-Tickets nichts komplett überteuert machen. Wie es halt der HSV getan hat im Derby. Die lassen die Preise so. Das ist fair. Aber machen sie in dem Fall auch besser als der HSV. Weil es schon so ein bisschen unrealistisch ist. Ich glaube, das wären sie so neben einem stehen würden, die Fans. Jetzt aber 2-0. Dann wäre der Deckel drauf gewesen, denke ich. Und das ist Abseits. Doch nicht. Das wäre kein Abseits gewesen. Ähm. Ähm. Okay. Polle. Schon wieder Abenteuern unterwegs. Auf die ich ihn eigentlich gar nicht geschickt habe. Nein. 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 Zum Glück ist das so ein cooler Ball. Oh Gott. Jetzt proben wir uns hier selber nochmal in Probleme. Oh nein. Wieso spielt er hier nicht zum Spieler? Wieso spielt er dahin, wo der Spieler vor 100 Jahren vielleicht stand? Und um Gottes Willen. Jetzt kommen sie nochmal mit der Unterstützung vom ganzen Publikum. Da wird es gerade wieder richtig laut. So. Aber Narei, der kann schön laufen. 2-0. Deckel drauf. Derby-Sieger. Bitch. Oh Mann. Das Bitch hätte es nicht sein müssen. Das war richtig viel am Platz. Aber egal. Derby-Sieg ist Derby-Sieg. Und jetzt fangen sie auf einmal an zu pfeifen. Hahaha. St. Pauli hat es hier sehr gut gemacht in diesem Hamburger Stadtderby. Das kann man gar nicht anders sagen. Sie waren die bessere Mannschaft. Aber wenn Fußball gewinnt, wenn die Tore macht. Und das sind nun mal wir unser Keeper. Sie sind viel zu früh und längst in der Ecke, wo ich eigentlich auch erst hinschießen wollte. Habe ich Glück, dass der Ball noch eingegangen ist. Aber egal. Samperio, mein Derby-Held in diesem Spiel hier. Und da ist es vorbei. Der HSV guckt das Derby. Buh-Buh-Vorkommen. Insgesamt 5-0 in zwei Spielen. Also der Hegel Nummer 1. Das haben wir ganz klar und deutlich gezeigt und bewiesen. Und ich denke mal, das könnte auch ein schönes Gefühl sein, was die Spieler jetzt mit den nächsten Spielen hier nehmen. Bei uns waren halt zwei von drei Schüssen drin. Bei St. Pauli 0 von 4. St. Pauli hat mehr Schüsse gehabt. Höhere Passgenauigkeit, mehr Ecken. Also St. Pauli war besser. Hätte den Sieg verdient gehabt. Aber so ist Fußball nun mal. So, sechs Punkte wieder vor Köln. Die haben scheinbar verloren. Das gefällt mir. So, und Ziegler, unser Mittelstürmer, ist jetzt auch gut dabei. Er ist schon wieder einen stärker geworden. Ist ja letzte Folge auch. Jetzt hat er schon 56. Aber ich sage euch, die haben alle irgendwie so knapp 60 oder so, bis wir sie verleihen. Okay, gut. Das ist vielleicht ein bisschen hochgesteckt. Aber mal gucken. Jairo zeigt es alle. Ja, vor allem St. Pauli. Unsere Ziele sind gefährdet. Ihr finanziell Wachstum. Haltet eure Mäuler. Wir sind Erster, ob nur das zählt. So. Nochmal einen Schluck aus der Buddel nehmen. Und dann Rache nehmen an den Darmstattern, die uns hier an FIFA im Hinspiel besiegt haben. Ich glaube 2-0 war das. Arp ist nicht komplett fit, aber egal. Der spielt, der braucht Spielproxes. Samperi hat zwischen 75. Sehr schön. Und Last kann ich auch wieder von Beginn an spielen lassen für Tatsuya Ito. Und Mangala ist auch nicht so krass gerade dabei. Da kann auch mal Steinmann spielen. Und ja. Dann auf, auf ins Spiel, würde ich sagen. Schauer. Amorashmodel wäre da wie immer. Wunderbar. Ganz fein. So, Topspiel hier am 26. Spieltag. Der 2. Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer, den Hamburger Sportverein. Empfängt hier einen der besten Verfolger mit den Darmstattern. Ich weiß gerade nicht, ob sie Dritter oder Vierter sind. Aber sie sind auf jeden Fall auch sehr weit oben mit dabei. Hier die Tabelle eingebendet. Sie haben 46 Punkte. Sie können mit einem Sieger vier Punkte an uns rankommen. Und Köln hat einen Unentschieden gespielt. Das heißt, wir können uns am Ende der Folge, wenn wir... Na ne, das ist doch nicht das Ende der Folge. Das ist das zweite Spiel von drei. Und hier die hier regiert der ASV-Rufel natürlich. In ganz Hamburg regiert der ASV. Das Derby wurde zum zweiten Mal gewonnen. Natürlich muss man das hier noch einmal zeigen. Und ich hoffe auch, wenn wir aufsteigen, gibt es auch nochmal eine richtige Choreo. So sieht dieses ganze Schal hochhalten im ganzen Stadion. Und in FIFA sieht ein bisschen aus wie die Choreo am letzten Bundesliga-Stadtag gegen Gladbach. Weil wir dieses kleine HSV-Bildchen da hochgehalten haben mit der Raute drauf. Fand ich... War jetzt keine geile Choreo, aber war ganz schön so nach dem Motto, so alle steht da in HSV. Von daher war es ganz schön. Und... Ja, erste Tor-Ernährung. Wie heißt denn der Keeper? Heuer. Heuer Fernandes. Heuer. Wieso heißt man Heuer? Naja. Also die Frage, wieso man so heißt, könnte ich beantworten. Weil zufälligerweise der Nachname eines Elternteils so gewesen ist. Boom. Max Appei deckt auf. Ah, schwacher Ball, schwacher Ball. Gute Chance für Darmstadt. Nein. Oh. Ich will mich rächen. Nicht, sie sollen noch einmal dasselbe machen wie im Hinspiel. Nein, ich will mich rächen. Aber deswegen ist es halt im Hinspiel. Wusste ich auch noch nicht, dass das ein Titelkandidat... Äh, ein Konkurrent da oben ist, meine ich. Aber da waren wir auch noch nicht Erster. Da starten wir auch noch nicht so gut da insgesamt. So, komm, schick mal Wut lassen. Oh Mann, aber er war auch viel zu lange, den Ball anzunehmen. Ich überlege ganz ehrlich, wie schlecht er zu verkaufen will. Ich habe mir irgendwie mehr von ihm versprochen. Ja, was heißt mehr versprochen? Ich glaube, einfach mit seiner nicht so hohen Geschwindigkeit auf den Flügeln ist dann langfristig keine so gute Lösung für uns. Weil ich halt eben sehr auf schnelle Außenspieler stehe. Junge, was ein Tor. Mati Steinmann oder was? Wieso geht meine Torhymne nicht hier an? Ich habe meine Torhymne aus gesehen geschlossen. Jetzt muss ich sie einfügen. Verdammt, jetzt habe ich hier selber keine Torhymne. Aber der Steinmann hat einen ganz schönen Stein im Fuß gehabt. Warum meint das das gar keinen Sinn ergibt, dass ich das gesagt habe? Ich meine so, dass ich irgendwie vertreten habe und dann diesen Ball rein gewonnen habe. Weil das glaube ich nicht, dass er so einen kranken Schusspferd hat. Und ich will einfach mal auf meine Scheiße gerade zu sagen, weil das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber genießen wir einfach mal dieses Tor. Das war schon echt geil. Regiert der HSV. Ja, das waren nochmal Zeiten, als es CHFH noch gab. Chosen View. Die immer oben in der Ecke, Block 27C, genau das hier Regiert der HSV, nach jedem Tor, was der HSV gemacht hat, angestimmt haben. Und ja, das ist ja jetzt nicht mehr so, nachdem sie weg sind. Jetzt wird halt eher was anderes gesungen. So, jetzt habe ich die Torhymne auch mal wieder angemacht. Ich habe nämlich halt so eine Tastatur, mit der ich halt Play drücken kann. Wenn da irgendwas, ein Videoplayer oder so offen ist. Und dann habe ich halt im Windows Media Player die Torhymne quasi immer offen. Und habe auf Wiederholen eingestellt. Das heißt, das wird wieder an den Anfang gesprungen, wenn die einmal durchgelaufen ist, Alter. So kann ich halt immer quasi immer live die Torhymne abspielen, wenn ich hier ein Tor mache. Also bei anderen Vereinen beitrete ich mich nicht so vor. Die Torhymne, also wenn ich auswärts spiele und die ein Tor machen, habe ich die Torhymne nicht mit dem Windows Media Player am Start, weil ich da so froh bin für jedes Spiel einmal rauszutappen und das zu ändern, weil die Torhymne abgespielt wird. Da wird das dann komplett im Schnitt eingefügt. Denn man kann ja bei FIFA die Torhymne leider nicht hinzufügen. Boah, schon wieder so eine göttliche Grätsche. Ich dachte kurz, scheiße, denn das wird eine rote Karte, weil das so von hinten kommt und ich nicht mehr gedacht habe, den zu bekommen. Oh nein. Alter Falter. Zum Glück hat der den mittig geköpft. Ne, das habe ich halt eben gemacht, weil eben auch genauso mittig ein Darmstädter stand. Zu dem einfach, wenn der passen müsste, wäre er allein vor Pollersberg gewesen. Und genau aus dem Grund habe ich gerade diese Grätsche gewagt, weil das ein sicheres Tor eigentlich gewesen wäre, wenn der zum Flanken gekommen wäre. Oh mein Gott. Ah, macht zwar keine Tore, aber was war das gerade für ein Sahniger hoher Pass in den Lauf. Und schon wieder Steinmann. Matti Steinmann. Was zur Hölle. Aber Gott, einfach diesen Pass. Was ist das für ein krankes Ding, Alter. Also spielt die niemand in echt, ey. Der steht jetzt einfach bei Real und darf in Frag. Oder Barca oder so. Ne, das ist natürlich übertrieben, aber Alter, was ein geiles Ding. Dieses Tor samt Vorarbeit erpüschete ich gerade richtig krank. Und am Bein-Tor noch was geiles dran. Geile Vorarbeit und geiler Schuss. Also, ist doch nice. Ich habe gewechselt. Naray und Void sind gekommen. Void für Papadopoulos. Und Naray für Samperio. Und ja, Papa habe ich jetzt mal rausgenommen, weil er eben am wenigsten Konditionen noch hatte von einem Spiel nach dem Platz. Und ich mir jetzt einfach mal ein Spiel Pause gönnen wollte. Ach, schade, der kommt da nicht mehr. Und jetzt haben wir quasi unsere Talent in der Verteidigung gerade komplett drin mit den beiden, die ein Polizeifahrt über 80 haben. Boah, ein Glück habe ich Polarsberg da gerade rausgeholt. So konnte er den Ball doch abfälschen, weil sonst wären die zu zweit aufs Torzugelaufen und das wäre es dann, denke ich, auch gewesen mit dem 2 zu 0. Da hat Polarsberg noch nichts hergemacht vom Rauslaufen gerade. Alter Falter. Und 2 zu 0 auf Wiederdienst zu rufen habe ich auch schon ein bisschen sehr gewagt. Hier, echt virtuelle HSV-Fans. Oh Mann. Er hat einen Zuschauer, meinte mal, dass es krank ist, mit Steinmann zu spielen. Von daher scheinbar so krass ist. Ich meinte dann damals, als ich ausprobiert hatte, nein, irgendwie nicht. Jetzt machst du solche zwei Dinge. Also, lieber Zuschauer, falls du das noch verfügst, das Projekt, du hattest recht. Was? Was zur Hölle haben die? Matti Steinmann. Matti Steinmann. Was? Junge, Junge, der ist jetzt Stammspieler. Ja, zwar kein Lupenreiner, aber ein Headrick. Junge, was zur Hölle. Was machen der abgespeicherte Torwart? Und dann steht der ausreichende Steinmann richtig. Was passiert denn hier gerade? Ich würde sagen, die Rache an Darmstadt ist uns jetzt auf jeden Fall gewiss. Alter Falter. Den Typen lassen wir im nächsten Spiel erstmal wieder spielen, glaube ich, wenn ich es nicht vergesse. Der ist ja gefährlicher als alle Offensiven von uns. Oh Gott! Das wäre ja fast genauso kurios wie das Tor eben, aber es ist die 83. Das kommt viel zu spät für die, das Tor. Aber was ist da gerade passiert? Was fand ich auch immer der den Händler vorbeigelassen hat? Und ich weiß auch nicht, wie Postpolar-Spec das Spiel da macht, aber egal, wir führen immer noch, weil Steinmann der Fußballgott da war. Von daher passt das schon. Hat übrigens wahrscheinlich schon mehr Tore gemacht als Arp insgesamt in der Saison. Will ich es mal kurz so grob schätzen. Schönes Ding. Ich dachte gerade, das ist wieder Steinmann, aber es ist Brun Larsen 4-1. Ich glaube, der Steinmann war das ist auch mein Ende, aber egal, Brun Larsen trifft auch nochmal. Er ist doch auch schön. Und 4-1 zieht sich deutlich schöner als 3-1. Also von daher, geiles Ding. Aber wäre der reingegangen gerade. Dieser eine Schuss. Ich glaube, wie war das? Das wäre natürlich noch mal viel mehr Premium gewesen. Wir sind richtig am Ausrasten virtuell gerade. So cocky letzte Folge war, so geil ist jetzt scheinbar diese Folge. Schade. 5-4 wäre dann natürlich auch mal das Sahnehäubchen da oben drauf gewesen, aber 4-1 sehe ich auch gerne. Ja, Steinmann sichert sich den Ball. Hat er verdient. Bei 3 Schüsse und 3 Toren, ey. Kriegst du noch mit Steinmann aufs Tor, ist immer ein Tor. Seht ihr ja hier unten. Ganz ehrlich, auch wenn auch meine Werte der schlechter ist, der Typ hat sich den Stammplatz jetzt erkämpft gerade. Also im nächsten Spiel garantiere ich, dass Matti Steinmann in der Startelf sein wird wieder. Das wird dann auswärts bei keine Ahnung bei wem. Aber warum nicht? So. So, die verbessern sich auch alle nochmal ein bisschen. Der Zimmermann ist auch geht langsam in Richtung 60. Boon Lasten hat bald die 70. Also der steigert sich auch gerade gut. Und wir haben 8 Punkte Vorsprung. Schmeckt mir sehr gut. So, gegen Bochum Auswärtsspiel. Beim VfL Bochum. Gegen Bochum Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Warum haben wir nochmal beim VfL Bochum danach gesagt? Das hat keinen Sinn ergeben. Wo stehen die? Mitten im Mittelfeld. Wir haben ja Spiele verloren als sie gewonnen haben. Klickt nach einem Team gegen das wir verlieren. Aber schauen wir selbst, wie es laufen wird. So, Mangala ist so fit. Aber Steinmann auch. Und Steinmann ist halt der Mapper Fucker überhaupt hier gerade. Von daher. Können wir mal Wang für Ito reinnehmen. Und dann fahren wir so auswärts nach Fürth. So, Moin aus Bochum oder aus dem Stadion Neder, wie das Stadion hier heißt. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Stadion von Bochum in echt heißt. Aber Amas mit Rhein war da glaube ich im Namen. Ja, so Rhein Energie war ja Köln, aber was war Bochum? Ich habe gerade Leistung. Abkommt ab dem Kanal weiterleiten, 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 weiterleiten. Okay, er kommt nicht zum richtigen Mann, er geht zu Wang und der verkackt den Schuss, weil ich ihn selber auch verkackt habe. Oh mein Gott! Oh, das hätte so schön werden können, aber das wurde irgendwie noch komischerweise trotzdem recht gefährlich, weil er ab der Sprechen noch so richtig komisch zurückgepasst hat. So fiete. Okay, das war scheiße von mir. Oh, wieso lauft ihr so wie ihr lauft? Wieso lauft hier nicht, wie man es in echt tun würde und wieso bietet man sich nicht an? Oh nein! Danke für das Bek. Wieso kommen alle Flanken? Scheiße! Das muss besser klappen, wobei okay, wir sind Tabellen für euch sollte mal ein bisschen runterkommen, aber muss trotzdem besser klappen. So halten wir die Klasse nicht in der Bundesliga, wenn wir so weiterspielen. Ich habe übrigens gerade in die Mitte gepasst, weil ich mal mit Arp treffen wollte, aber auch egal, weil es abseits war. Boah, schönes Ding von Arp. Und das bei Bochum oben links steht nur noch um. Oder eigentlich nur noch JM, weil das Halsverhalfter weg ist. ich schwimme gerade gegen JM, gegen Jamaika. Aber egal, geil ist doch von Arp übrigens, muss man auch mal sagen, richtig schön. Per Direktabnahme unhaltbar und rechts rein. Gut gemacht. Ich glaube, vielleicht soll ich mit Arp ein bisschen mehr auf Fernschüsse gehen. Frühjahrsaisontour auch schon. Okay, hat er mehr als Steinmann. Ich glaube, in der letzten Spieltheorie auch steht, dass Steinmann schon mehr hat als Arp, aber Arp hat er jetzt auch schon fünf. Was zur Hölle, das war ja ein Rückpass und Abseits, oder? Nö. Das war halt echt fast ein Rückpass zum Flankengeber. Ich weiß nicht, ob er gerade genau zum Flankenjahr gegangen ist, aber naja. Das meinte ich übrigens gerade, ich meinte natürlich nicht Rückpass zum Tod, weil man da noch mal vom Rückpass einfach nur spricht. Ich meinte halt zum Flankengeber. Na ja, zweite Halbzeit noch gar nichts gesagt. Ganz normal gewechselt. Naray ist jetzt am Start und der Christoph Moritz, der ist für jung gekommen und Naray aus für Jairus Amperio. Ich glaube, auf den Außen habe ich eine ganz gute Routine drin, da spielt jeder mal. Aber es ist auf dem Karrieremodus nicht unbedingt förderlich, weil dann halt eben jemand wie eben ein Grun Larsen nicht so viel Spielpresses hat und nicht so schnell von seinen Werten her steigt. Ich habe trotzdem irgendwie Bock, das gerade so zu machen, und deswegen mache ich das so. Oh, richtig schön in den Rücken gespielt. Und jetzt schwimmen meine Scheiße. Immer wieder ein richtiger Tusch für den Buch, aber man. Hier, schau ich, hier macht es nicht das Stadion, nee, da. Das fühle ich einfach nur Scheiße aus, wie ich selbst generiere das Stadion von FIFA zu nahe, und wieso wird der Ball jetzt ins eigene Tor ausgeklärt. Das SM, das SM spricht jetzt bei Bochum. Doch, schon seit einer Geromastzeit, keine Ahnung, wie lange der das schon tut, aber alter, alter. Zweitens mal Aluminium in dieser Folge, wenn ich mich jetzt nicht irre. was ein schwacher Pass, da sollte er auch schon wieder gar nicht hingehen. Steinmann, jawohl, es ist Steinmann, der macht natürlich einen geilen Pass, unser OP-Spieler. und abwegte sie zu weit vor, als dass ich ihn abschieben könnte, das ist ein ganz dreckiger 1-0-Sieg. Ist er in die Bochumma? Alter, der ist schnell, scheiße. Den muss ich ziehen lassen. Nein! Schon wieder Pfosten. Alter, Alter. So, jetzt ist aber schlicht ein Schacht hier, Schiri. Danke. Wir gewinnen alle drei Spiele. Und wir hätten hier auch noch gut verlieren können. Zwei Pfostentreffer haben hier gelandet. Alter, das ist der einzige Schuss aufs Tor, den wir überhaupt hatten. Wundverdient, aber egal. Wir gewinnen 1-2. und dann geben wir uns auch mal wieder die Tabelle hier in der zweiten Liga und auch noch einmal von den anderen Ligen, weil wir gehen ja generell. Es sind ja noch zwei Folgen, dann ist die zweite Liga hier vorbei für uns. Und das heißt, jetzt schreibt ich noch einmal, wie es in den anderen Ligen so die letzten sechs, sieben Spiele halt immer so vor Schluss steht. Zweite Liga gefällt mir sehr gut. Pülener zwar ein Spiel weniger, aber wir haben auf jeden Fall elf oder halt eben acht Punkte Vorsprung, was auf jeden Fall etwas, was mir sehr gut schmeckt, sagen wir mal so. Also Meisterschein der zweiten Liga sollte uns jetzt eigentlich keiner mehr nehmen können. Köln wird echt auch unentschieden, das ist denke ich mal auch unser Glück. Das ist ein Poli zwischen abgerutscht auf den neunten. Die sind gerade echt nicht so gut dabei. Gehen wir mal nach oben hier bei den Spielen. 2-2 gegen Paderborn, anders war noch voll im Derby. Dann ist dieser Poli-Spieler zweierst bei Sandhausen geworden. Schande, 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 Schande. Und ich bin irgendwie gerade zu den direkten Hinspielen gesprungen. Davor haben sie gegen Sandhausen verloren. So. Das ist der Moment, in dem ich sagen will, der März. Und es ging Duisburg verloren. Wo ist Duisburg? Oder St. Pauli. Schande, Schande. Wo Kiel ist auf dem 16. abgerutscht. Das wird ja noch ganz hart für Holstein. Naja, gehen wir mal zu den Tabellen hier rüber. Österreich, Salzburg oben. Ja, das war im letzten Mal auch schon so. Hier ist auch alles normal. Kopenhauer, ja hier. Sind sie ja gerade alle ganz realistisch. Okay, gut, das Manu. Manu hat sie halt inzwischen wieder gefangen. Aber, ja, City und Liverpool dahinter und Tottenham die eigentlich ersten Seirat in der Premier League. Und alter Arsenal und Chelsea, sie kacken ja richtig rein. Weil Everton und Leicester gerade vor denen sind. Und besser absteigen. Cardiff City, Fullham und die Wolverhampton Wolves. Ja, warte, ne Quatsch. Die Wolverhampton Wanderers heißen sie doch. Ja, Wolverhampton Wanderers werden einfach nur Wolves genannt, glaube ich. Google ich jetzt nicht. Ich bin mir da eigentlich recht sicher. Ach, die Championship. Die ganzen englischen Ligen, die Ihnen jemanden Junkensanal entsteckt auf. Ja, bla bla bla. PSG erster vor Monaco, Lyon und Marseille. Ja, PSG dominiert die Liga danach belieben. Dort immer noch erster vor den Bayern. Vielleicht schaffen sie es ja die Sensation hier über die Zeit zu bringen oder über die letzten Spiele zu bringen. Sieben sind es da auch noch. Schalke dahinter. In der dritten Liga die Lauterrahmen aufsteigen. Mit dem KSC und Uerdingen wäre momentan gegen Kiel in der Relegation 1860, die Sexta und Braunschweig steht deutlich besser da als in echt. Irland haben wir hier gerade. Italien, ja Juve am Rasieren zehn Punkte vorm AC Meier tatsächlich. Interlation, ja Apel, die üblichen Verdächtigen dahinter. Palermo, Herrlas, Verona am aufsteigen. Venedig auch nicht so schlecht dabei. Ja, auch die typischen Teams also alles sehr, sehr nah an der Realität und eine normale Teamstärke. Rosenburg und Mulde, Throntheim und Mulde FK hier oben, Branden Bergen auch noch am Start. Liga Warschau, die irgendwie nicht mehr ganz in die Meisterregion herankommen. Irgendwie letztendlich war ein Jahr 2017 in der Champions League, seitdem irgendwie nicht mehr ganz so. Ja, die üblichen vier auch in Portugal ganz oben, auch wenn Braga mal nicht vierter ist, sondern sich mal in die Top 3 hochkämpft. Nicht schlecht, an Rio Awe, das Team, was, ne, Quatsch, Rio Awe, Vitoria Grümarec, was das auch aus Braga kommt, aber ist auf jeden Fall ein bisschen enger da hinter Porto Flieger. Ja, Celtic Folien Rangers gerade tatsächlich noch drei Spiele, ja genau, drei Spiele und dann geht's halt in diese andere Phase über am Schotterschen Fußball, das halt noch mal die Top 6, das hier glaube ich, noch mal jeweils einmal gegeneinander spielen und die letzten 6. Die Meister und Abstiegsrunde oder so heißt das. Ja. Halt auch die normalen Teams, die hier halt in den ersten 6 sind. Ja, das schmeckt auch, Barca für Real ist immer gut, auch wenn Real ich glaube beim letzten Mal als wir geguckt hatten noch deutlich weiter unten war, aber okay, immerhin ist Barca vor den und Malaga am Aufsteigen wo ist eigentlich mal Jauchal, ich war letztes Mal letzter und ist jetzt nicht mehr Party, 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 ja, okay, Malmö erster in Schweden, okay, auch noch ein Team, ich kenne auch Göteborg, aber auch nur, weil ich die Stadt kenne und das war's. Basel vor den Young Burs Bären und dahinter Zürich immer 10 Punkte Abstand zwischen den ersten drei und dann die Gras aber Zürich auch nochmal 14 Punkte hinter den dritten und vierten ganz schön krass, was da die Abstände sind, ey. In der Super League gerade hat er am Rasieren für den Batscher Vierter, das ist ja echt nicht ganz der Fall, das sind sich gerade hier auf den Abstiegsrängen und in der MLS ist Atlanta United Erster und es ist das schon gewesen, nein, wir haben jetzt auch Mexiko, Tigris Unal oder U-U-U-A-N-L ja, ich weiß gerade gar nicht, wie sie, ja, was mit U danach und Erster Club der Amerika, die ja im Azteken-Charian spielen, sind Vierter und Australien kann auch Melbourne Victory Guns um vom Sydney FC Torea, FC Seoul am Rasieren, 10, okay, am Rasieren, 10 Punkte nach für das Spiel ist nicht Rasieren, naja, egal, Al-Ali, Erster Saudi-Arabien, was haben wir noch, Japan haben wir da noch, die U-U-Red-Diamonds sind da nicht Erster, aber es sind auch die ersten Spiele gespielt in Asien, da ticken die anscheinend mal ein bisschen anders, China haben wir hier auch noch, da kenne ich gar keinen Verein und Brasilien auch, wo, ja, auch bestimmt einige Teams, ja, so in Amerika, ich glaube, das gibt es gar nicht in echt, weil einige Teams auch gar nicht, ja, richtig dabei waren, zum Beispiel, wo ist Sao Paulo, der FC Sao Paulo ist gar nicht dabei, ist das dann vielleicht Amerika? oder QA, vielleicht aber auch QA, oder SC, ich weiß nicht, ob es die mir nicht gibt, aber es könnte es vielleicht noch sein, weil die auch recht gut dabei sind, Sao Paulo eigentlich gar nicht so scheiße ist in Brasilien und bei Argentinien sind die Bucatunios RK, wo ihr das alleres Erster, Vorblower Playt und es gibt ja immer noch früh viele Dinge, ich dachte, wir lassen mal durch und wieder bei Österreich, aber nein, Chile ist da noch, Kolumbien haben wir noch, ist doch ein bisschen nach Kontinenten hier sortiert und nicht mehr nach Namen, habe ich das Gefühl, aber hier kann ich eh kein Team in Kolumbien, das sind wir bei Österreich, also wir sind einmal durchgekommen, das war es mit der Folge, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei drei weiteren Zweitliga-Partien und dann geht es auch schon Richtung Erste Liga und bis es soweit ist, dann gehe ich erst einmal Ciao und bis zum nächsten Mal.